Zuletzt bei PokéPark 2. Gemeinsam mit den Zonenmeistern Admorai, Flambyrex und Sepryoial konnten wir im Rostbezirk die Bahngleise wieder reparieren, wodurch eine große Gruppe verschollener Pokémon zurückgekommen ist. Dadurch konnten wir Meister Griffs Vertrauen gewinnen und er hat uns nun den Weg zum Geheimlabor eröffnet. Hier werden angeblich die Portale zum Wunschpark gebaut, aber bisher konnten wir dort noch keinen Fuß in die Tür setzen. Das ändert sich heute. Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge von PokéPark 2. Heute wollen wir noch ein bisschen durch den Rostbezirk laufen, um hier noch den einen oder anderen Freund zu machen, bevor wir das große Geheimlabor betreten, in dem wir hoffentlich herausfinden, was zur Hölle es mit den Pokalen auf sich hat. Denn das ist eine Info, die bisher noch nicht bei uns ankam. Und ich werde jetzt diesen Kampf hier einfach mal mit Serpifoy probieren. Wir können einfach mal schauen. Der hat jetzt nicht so viele Leben. Ich sage mal, am besten wäre es natürlich immer noch mit Pikachu, ist mir mal ehrlich. Oh ja, weil ich es einfach nicht hinkriege, viel Damage auf den zu machen. Außer ich stehe irgendwie hier dran, aber irgendwie, naja, ne. Der Schaden hält sich in Grenzen. Ich kann aber auch noch hier so ein Rasierblatt vielleicht losschicken. Jetzt schildert der irgendwie. Ja, Serpifoy ist echt keine Kampfmaschine. Also ich meine, wir haben jetzt hier wahrscheinlich auch noch einen Typen-Nachteil. Kann ich mir vorstellen. Jetzt liegt der nochmal. Aber jetzt ist er geschildert. Ja. Wir schabern den jetzt mal kurz weg. Also ich probiere es. Und dann werde ich einfach Serpifoy nie wieder verwenden, ne. Um in irgendeine Form von Battle zu gehen. Das ist so ein Schmutz. So, wieder auf Abstand. Genau, weil er mich jetzt angreift. Der kann mich auch in meinem Wirbel treffen. Sehr gut. Vielleicht wenn ich den einfach mal hier so ein bisschen gebe. Genau, dann liegt der. Dann kann ich ihn so Stück für Stück zurückstallen. Zack, zack. Aber jetzt schildert er. Aber ich glaube, jetzt müsste er droppen. Genau. Dann können wir jetzt ihm hier... Och, schade. Noch mal geben. Also nicht so ganz. So. Komm schon. Wir machen einfach den hier. Und dann machen wir den hier, Freunde. Und dann war es das. Wunderschön, Freunde. Wunder, wunder, wunderschön. Lanzas. Man merkt, dass du gerne Fang spielst. Du bewegst dich sehr flink. Das war ein wirklich guter Kampf. Lass uns das bald mal wiederholen. Lanzas. Ja, Serpivor schafft es dann auch über einen längeren Zeitraum Cover-Lanzas zum Freund zu gewinnen. Bei den ein oder anderen Pokémon weiß ich tatsächlich noch nicht, wie ich sie zum Freund bekomme. Ich weiß immer noch nicht, wie ich Abra, sag ich mal, als Freund mittlerweile gewinnen kann. Auch bei... Guck mal, bin ich mit dir schon befreundet? Ich glaube schon. Naja, bin ich schon. Ähm, ich weiß noch nicht genau, was ich mit dem, mit diesen kleinen Steinen da hinten machen muss. Ich kam jetzt auch noch nicht dazu, in die Kommentare zu gucken. Muss ich auch ehrlicherweise zugeben. Vielleicht habt ihr es mir schon geschrieben. Aber ich würde sagen, eins nach dem anderen. So, ab ins Geheimlager, nicht Geheimlabor. Geheimlabor ist aktuell eher ein Resident Evil, was hier das Parallel-Let's-Play-Projekt zu diesem Spiel ist. Mal sehen, was hier für skurrile Aktivitäten passieren. Ah, da ist so eine Zelle. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißt. Monozyto. Monozyto. Äh, um ehrlich zu sein, kann ich überhaupt gar keine Gedanken lesen. Oh, da die meisten, die herkommen, noch irgendwas suchen, liege ich damit für gewöhnlich richtig. Das Laboratorium liegt am Ende des Korridors im ersten Stockwerk. Übel am Reintrollen, der Kollege hier, ne? Aber ich habe schon eine dicke Truhe gesehen. Ich sehe jetzt hier schon zwei wahrweiße Federn. Äh, ein bisschen was haben wir hier doch schon zu tun. So, dann nehmen wir jetzt einmal dich mit. Und was machst du denn da? WhatsApp heißt das, ne? Ja. Hora, ich bin halt froh, dass du nicht auf mich getreten bist. Du musst wahre Adlaugen besitzen. Hör mal, wenn du schon mal hier bist. Ähm, dann hätte ich eine Bitte. Wäre es so gut, meine Brüder zu suchen, die zu bitten, nach Hause zu gehen? Und zurückzukehren? Äh, unser 1 klammert sich meistens an irgendjemanden. Also würde ich dir empfehlen, die Pokémon der Gegend einmal genau unter die Lupe zu nehmen. Ah, lol. Okay. Ich muss jetzt gleich, äh, mehrere von denen suchen, weil die an anderen Pokémon dran kleben. So. Klebt mir da was am Rücken? Äh, tatsächlich, ja. So. Hör mal, was ist eigentlich dein Problem, ha? Oh, what? Nein! Okay. Äh. Ich glaub, den Kampf kann ich vergessen. Wartet mal. Alter, der hat ja viel zu viele Leben. So. Oh, aber ich, ich kann ihn tatsächlich auch ganz gut geben. Ich hab nicht den Typen-Nachteil. Okay, das ist noch, das ist noch so ein Grund, warum, glaub ich, der Kampf vorhin so, so erbärmlich lief. Ja, sehr schön. Tja, Meister, wie fühlt sich das an, ha? Von dem Serpiphoi zu kassieren. Wobei, wobei natürlich, man muss auch zugeben, mein Grasmixer ist schon krass gemixt, ne? Geschüttelt, nicht gerührt? Ist das, was er will, aber er kriegt's gerührt. Angriff, was heute im Himmel ist, in der Gipfel der Unverfrorenheit. Aber sei es drum, der Kampf war geil. Oh, bist du etwa einer der berühmten gelben Windstöße, von denen man so viel hört? Naja, dann wundert es mich nicht, dass du so stark bist. Lass uns bald wieder kämpfen. Wo kommt eigentlich dieser Name her? Also, wovon hängt das ab, wie unsere Gang genannt wird? Ich kapier das nicht. Was? Zurück nach Hause? Ach, wenn man sich an andere Pokémon klebt, gibt's so viel Neues zu sehen. Aber da du extra hergekommen bist, um mich zurückzuholen, werde ich mich zumindest mal wieder sehen lassen. Sehr gut. Da bin ich wieder. Vielen Dank, Serpiphoi. Einige meiner zahlreichen Brüder sind in den Bezirken gegangen, um dort etwas Spaß zu haben. Das war alles, was ich meinen Brüdern in diesem Bezirk mitteilen wollte. Es gibt nur den einen? Ach so. Solltest du also auch in anderen Bezirken auf WhatsApps treffen, so gib bitte acht nicht versehen, nicht auf sie zu treten, okay? Loh, ich dachte, ich müsste da irgendwie mehr treffen. Jo! Und da taucht einfach die weite Entwicklung des Voltula auf. Ich brauch Saft. Vielen Dank, dass dir in WhatsApp geholfen hast. Du hast echt ein Herz aus Gold. Wer ist mit einer Belohnung? Okay. Und denn? Wow, Bro! Was ist das für eine Belohnung, Digga? So. Ja, der Grasmixer schmeckt ihm nur einigermaßen. Oh, jetzt hat er mich hier eingesponnen. Weg, weg. Oh, ich wollte weg. Oh mein Gott, gewonshottet. Oder also fast gewonshottet. Na, wie war ich? Was ist das denn für ein Arschloch? Also jetzt mal, jetzt mal ernsthaft, was soll das? Okay, pass auf. Jetzt kommt mein Big Papa. Jetzt kommt mein Big Papa Kämpfer. Und wenn du jetzt weiter so Fax machst, dann trete ich demnächst noch auf die kleinen WhatsApp drauf. Ja, oh, davon ist ein Deponi-Talks. Okay, let's go. Komm her, Meister, ha? Jetzt hast du noch eine dicke Hose. Aber wenn Pikachu hier um die Ecke steppt... Oh, scheiße, ne? Tut weh. Tut weh, wenn man aufs Maul bekommt. Und... So... Zack. Oh, das war's jetzt aber. Oh, wie ärgerlich. Voltula. Hä? Schlimm. Schlimm mit diesen Spinnen. Wer hätte das gedacht? Es hat viel Spaß gemacht. Bis dann. Ja, hoffentlich bis nimmer Wiedersehen. Du Scammer. Okay, so, da hüpft ein WhatsApp rum. Das ist glücklich. Du bist mir leider auch glücklich. Ja, dann, äh... Wollen wir doch mal mit dem Kollegen chillen. Da hängt sogar auch noch ein WhatsApp dran. Okay. Hey, ich kenne nicht. Du bist doch ein Mitglied der gelben Windschlüsse. Oh, ob du wohl erhältst... Was... Äh, ob du wohl hältst, was dein Name verspricht. Lass uns am besten in einem Kampf herausfinden. Ey, im Ross-Bezirk will jeder mit uns kämpfen. Holy shit. Die haben, glaube ich, alle zu viel Energie. Oder vielleicht der Ross-Bezirk soll einfach sowieso ein bisschen Assi sein. Oh, what? Fies. Ich glaube, der Ross-Bezirk soll einfach so ein bisschen das Assi-Bürttel sein. Aua! Okay, der verprügelt mich komplett. Warte mal. So. Bro! Okay, warte mal. Ich hole jetzt hier mal... Ich hole jetzt hier mal Hilfe. Alter, der hat ihm übel gegeben. Wenn ich jetzt hier so um ihn rumdüse. Ja. Genau. Und jetzt. Zack. Und nochmal. Das war gut. Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht, to be honest. Okay. Dass ich ihn dann nochmal Gift schleudern. Sehr gut. Oh mein Gott, ey. Der Kollege war nicht ohne, weil er hat immer Fernkampf- und Nahkampfattacke permanent passend bereit gehabt, bevor ich überhaupt irgendwas Sinnvolles tun konnte. Ey, die Pony talks nicht. Ich sag's, wie es ist. Du warst echt nicht ohne. Oh, jo. Jetzt kommt einfach Magbrand. Was sind denn hier für krasse Mons unterwegs? Damn, das ist ja heftig. Der will doch safe auch mit mir kämpfen, oder? So wie ich den Kollegen einschätze. Magbrand hatte der nicht sogar in Poképack 1 ein eigenes Minispiel? Oder war der auch ein spielbarer Charakter? Ich weiß es gar nicht. Ich glaub, der war ein spielbarer Charakter. Ich kann der Hoffnung her. Ich hab was zu finden, das ich abfackeln könnte. Aber da hab ich mich wohl geirrt. Wo ich schon mal hier bin, will ich auch was Sinnvolles tun. Lass uns kämpfen. Gerne. Gerne. Holy moly, ey. Aber jetzt kämpfen wir gegen richtig krass der Mons. So. Man muss hier aufpassen. Okay, er macht hier Lammwerfer LP. Aber, wenn er das macht, kann ich ihm auch geben. Vier mal. Vier Eisenschweife haben getroffen. Damn. Hat er dann ein blödes Kampfmuster, ne? Zack. Sehr gut. Und jetzt machen wir Feierabend. Sehr gut. Der war im Vergleich zu den Ponytalks gar nichts. Es gehört schon einiges dazu, meine Attacken unschädlich zu machen. Oh, du hast es drauf. Jawoll. Und wenn, glaube ich, hier im Bezirk irgendwo, Freunde, irgendwo wieder ein Tor ist, welches wir öffnen müssen, dann habe ich, glaube ich, jetzt schon mehr als genug Freunde, um das Tor zu öffnen. Finde ich einfach mal guter Dinge. Ich habe mich in der Hoffnung angeschlichen, was Interessantes zu finden. Machst du mir eine Freude, mit mir zu kämpfen? Ja. Du. Ich. Ich. Ich habe mittlerweile gar nichts anderes mehr erwartet. So. Aber der hat nicht viele Leben. Oder sie. Wie auch immer. Das Mon. Das ist hier wahrscheinlich das Beste. Okay. Okay. Yes. Sehr schön. So, aufpassen. Hüpfen. Oh, verdammt. Ah, das hat auch eine Nahkampfattacke. Okay. Die kommen jetzt hier mit zwei Moves schon immer an. So. Jetzt muss ich aufpassen. Oh, verdammt. Ich wollte eigentlich im passenden Moment, wenn das Blinken aufhört, ihm geben. Oha. Oha. Okay. Passt auf. Wir bringen das mit Voltula zu Ende. Einfach, weil Voltula krass ist. Hey, Bro. Das hat sich hinter mir. Das hat sich hinter mein Voltula geschlichen. Und diese Ultra-Attacke ist einfach im Nichts verpufft. Voltula wirklich bestes Mon heute. Beeindruckend. Das hat Spaß gemacht. Snebel, Snebel. Oh. Und. Gengar kommt. Bro, was sind denn hier für heftige Pokémon unterwegs? Also, da kannst du ein komplettes Team draus bauen. Die Ponytox. Magbrandt. Da hinten Elevoltec. Jetzt hier ein Gengar. Das ist ja nur heftiger Stuff. Oh, fangen. Okay. Äh. Ich probier's. Aber hier wär sehr pfoy sinnvoller, ne? Aber ich mein, ich habe... Pikachu-Speed habe ich auch gelevelt, ne? Jo, habt ihr's gesehen? Egal, was ist das denn? Was ist das denn? Der kann hier so Turbosprinte einsetzen. Wie fies ist das denn? Okay. Ich muss jetzt so ein bisschen, glaube ich, abschätzen, ne? Wo der, wo der Kollege hingeht. Oh, nein, das war so knapp. So, und jetzt wahrscheinlich hier rüber. Oh Gott, jetzt bin ich zu früh abgebogen. Ja. Man muss dem so ein bisschen den Weg abschneiden. Ich verstehe, ich verstehe. So. Oh, jetzt ist er ganz knapp bei mir vorbeigedüst. Oh, es ist so close. Es ist so close. Ausweichen. Yes. Okay, okay. Das Gute ist, dass der halt einfach so big ist. Also neben Leben hätte ich damit gerechnet, dass du mich schnappst. Na warte, dafür werde ich nun einen Fluch gegen dich aussprechen. War nur ein Scherz. Sei mein Freund. Ja, ich glaube, wenn Gengar mich verfluchen würde, der wird das hinbekommen. Dem traue ich alles zu. So. Oh, aber ich glaube... Nee, warte mal. Wir sind noch nicht fertig, Freunde. Aha, aha, aha. Hier waren auf jeden Fall noch mindestens zwei wahre weiße Federn, die ich einsammeln will. Jetzt habe ich hier sogar noch einen Brandschalter gefunden. Ah. Das geht jetzt hier quasi in so eine Art Kanalisation runter. Ich bin jetzt quasi gerade in so eine Art Kanaldeckel gestolpert. Sehe ich das richtig? Interessant, Guys. Interessant. Hier einfach ein geheimes Pokémon. Das ist ein Zwirrlicht, ne? Das behacke ich am Jernchen im Inneren. Das Lagers ruft ganz bezaubernde Erinnerung an jenes Herrenhaus. Wach, welches ich einst verließ. Das ist das, das Poké Park 1. Um die große, weite Welt zu erkunden. Sag, wärst du so gut mit mir zu kämpfen? Ich probier's. Aber das müsste ich, glaube ich, schaffen. Oder? Ich frage ich's nur, ob dann Zwirrklopp erscheint. Das wär nochmal heftig. So, was macht er? Ich weiß es nicht. Okay, er dasht nach vorne. Sehr schön. So, und dadurch, dass ich ihn halt immer direkt wegläschen kann, ne? Kann ich den hier einfach hier hinten stacken. Sehr gut. Sehr gut. Ich glaub, die Kunst, dieses Mond zu finden, lag eher darin. Das Versteck überhaupt zu entdecken. Aber geile Poké Park 1-Anspielung, das gefällt mir. Gut. Und jetzt ist die Frage... Ja. Zwirrfinst, nicht Zwirrklopp. Entschuldigung, da hab ich was verwechselt. Schild Zwirrfinst hier unten? Ne, ich glaub nicht. Ich glaub, Zwirrfinst ist oben. So. Sehr gut. Oder ist Zwirrklopp noch ne Zwischenentwicklung? Ich mein, Zwirrklopp gibt's doch auch. Oder? Ich bin stark verwirrt, Freunde. Aber geil auf jeden Fall, dass wir... Dass wir das hier gefunden haben. So. Dann nehm ich jetzt nochmal Pikachu. Weil ich mir vorstellen kann, dass auch Zwirrfinst die Fresse poliert haben will. Aber den muss ich erstmal finden. Aber also wirklich, in diesem Lager hier, Freunde. Da chillen Pokémon von ganz, ganz, ganz großem Kaliber. Da oben, da komm ich vielleicht mit Serpifoi hoch. Muss ich gleich mal schauen. Ne, aber... Ich seh noch kein Zwirrfinst hier. Passt auf. Dann wechseln wir mal auf sie. Dann schauen wir mal, ob wir da hochkommen. Ne, da muss ich mich wahrscheinlich von oben runter droppen lassen. Alles klar. Boah, dann... Gehen wir mal die Treppen hoch. Da hinten ist auch noch eine Truhe, glaube ich, oder? Ja. Ne. Das ist dieser Bärenautomat. Was war das? Wenn ein Pokémon sauer auf uns ist, können wir da, glaube ich, dann Bären traden. Oder Bären abgeben. Und dann mag uns das Pokémon irgendwie lieber oder so. Sprinte gegen den Schalter, um ihn umzulegen. Ich mach das einfach mal. Okay. Das hat nicht so gut funktioniert. Jetzt. Ich hab ihn kaputt gemacht. Ich hoffe, das hat was gebracht. Also ich komm jetzt zumindest mal hier rüber. So, und da drüben ist aber die war weiße Feder. Okay, eins nach dem anderen. Ich kann jetzt erstmal hier hoch. Und dann hier hinter. Bringt mir das was. Ne, nicht wirklich, ne? Und ich komm jetzt hier nicht mehr zurück, oder? Geil. Na, das hat sich doch schon mal dick gelohnt. Ah, passt auf. Ich kann hier hoch. Moment. Ja. Okay, es wird immer interessanter. Das war alles gut, Freunde. Ja, sehr schön. Wir haben alles richtig gemacht, glaube ich. So, und jetzt bin ich wieder runtergefallen. Okay, alles klar. Aber, hey. Wir haben schon mal die erste. Und ich glaube, bis heute, dass die verdammt wichtig sind. Auch wenn uns das Spiel echt noch kein Feedback dazu gegeben hat, wofür wir die brauchen. Irgendwann, Guys. Irgendwann werden wir sie brauchen. Und dann werden wir froh sein, dass wir sie die ganze Zeit über so fleißig gesammelt haben. So. Oh mein Gott. Ich habe fast wieder gedroppt. Da habe ich jetzt gerade voll Schreck so eingeatmet, dass ich mich fast verschluckt hätte. So, dann machen wir dich kaputt. Aber ich meine, wenn wir die kaputt machen, dann bringt man die wahrscheinlich einmalig in die richtige Richtung. Also, ich glaube nicht, dass das jetzt hier so ein krasses Schalterrätsel oder ähnliches ist. Weil wenn man die, wie gesagt, alle nur einmalig aktiv... Kein Grund. Aber wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann mache ich den auch gleich kaputt. Na? Wer weiß wofür? Ah. Okay, dann stellt das darüber. Dann wollen wir jetzt damit quasi... Ich glaube, wenn wir jetzt dann alle Hebel einmal betätigt haben, dann sind quasi hier... Alle... Alle diese... Ja, wie nennt man das? Plattformen so miteinander verbunden, dass sie, glaube ich, einen zusammenhängenden Weg ergeben. Würde ich jetzt mal schätzen. So, da komme ich nicht mehr hoch. Nee. Gut. Wieder back on track. Da ist ein Megafon. Das ist sehr... Nee. Stopp. Megafon brauche ich nicht. Warte mal. Was? Was hat... Ich hatte irgendein Item, hatte ich noch gebraucht. Irgendein Mon wollte irgendein Item von mir haben. Welches ich zu dem Zeitpunkt, als mich das Mon das gefragt hat, welches ich da noch nicht hatte. Da müssen wir gleich mal gucken. Irgendwas war da. Ich glaube, es war nicht Megafon. Megafon war nämlich das Item, wo ich so Witze drüber gemacht habe, dass man da so Tonnen von diesem Item findet. Mit so 5000 Megafone. So, das ist so... Hä? Warum? So, warum so viele, ne? Okay. So, aber hier haben wir jetzt immerhin 500 Bären gefunden. Das ist schön. Und ich glaube, jetzt darf ich wieder den ganzen Weg langlaufen. Oh mein Gott. Und vor allem, wo ist das Zwirffinst, Freunde, ne? Wir haben das Zwirffinst freigeschaltet, aber seitdem nie wieder gesehen. So, und jetzt wird es interessant. Um da drüben ranzukommen, Freunde, müssen wir jetzt hier über diesen Stahlträger balancieren. Und ich versuche jetzt hier die Kamera, ja, einmal so auszurichten, dass ich nur noch gerade ausdrücken muss. Sehr schön. Und jetzt haben wir, glaube ich, alle Secrets gefunden, die es hier gibt. Außer das Zwirffinst, okay? Über das Zwirffinst reden wir noch nicht. Irgendwann werde ich das Zwirffinst auch noch finden. Aber eins nach dem anderen. So. Und dann muss ich jetzt irgendwie, glaube ich, zu dieser Feuertür da rüberkommen. Da vermute ich jetzt mal stark, dass ich diesen Weg hier gehen muss, oder? Ja, das sieht sehr gut aus. So. Dann brauche ich einmal dich. Jetzt die Frage, muss ich da einen Brandstempel machen? Muss ich da einfach dagegen krachen? Ah. Ich muss dagegen krachen. Und dadurch schmelze ich die Tür. Oh, boy. So, weil ich aber nicht weiß, was da unten auf mich wartet. Gehen wir gleich mal auf Pikachu. Dann habe ich nämlich das Gefühl, dass hier nämlich direkt uns jemand herausfordern will. Und vielleicht finden wir auch hier einen Zwirffinst. Wer weiß. Oh, und da vorne sind die Viecher. Klick die Klack. Und irgendwie, so heißen die doch, ne? Das ist die ganze Evolutionsreihe. Wir sind frei. Bye. Oh, verflixt, weg sind sie. Hört mal. Wisst ihr, wonach ich hier suche? Wie wäre es zum Beispiel mit grenzenlosen Mut? Leider dann eben, du hast noch einen letzten Versuch. Also, wonach suche ich? Also, nichts könnte mir gleichgültiger sein. Glaub mir, wir wollen lediglich den Weg zum Laboratorium finden. Du bist echt eine ungezogene Göre. Das war die richtige Antwort, oder? Der Kandidat gewinnt 100 Punkte. Deine Antwort war goldrichtig. Ha, ich wusste es. Das Laboratorium befindet sich im Untergeschoss. Aber ohne die clevere Klick, ohne die clevere Klick, Klick, funktioniert der Aufzug nicht. Und damit haben wir auch dann schon die Antwort auf die Frage, wonach ich hier suche. Nämlich Klick, Klick, Klack und Klickdi-Klack. Wenn ihr zum Laboratorium möchtet, müsst ihr erst die drei Pokémon aufspüren. Sie sind mir eben ausgebüxt. Halt sich bestimmt hier im Lager auf. Oh boy. Okay. So, und einen Zwirffinst hast du hier nicht zufälligerweise irgendwo, vielleicht irgendwo gesehen? Oh, hier ist so ein richtiges Labyrinth jetzt hier, oder was? Und da muss ich jetzt direkt auf unseren Zerpifoi wechseln. Und ich glaube, mit dem Doppelsprung kommen wir hier schon oben drüber, um nichts zu finden. Sehr gut. Hat doch schon mal ganz gut funktioniert. Zwirffinst. Ah, da haben wir auch schon das Erste. Äh, und falls du kämpfen willst, machen wir direkt mal die hier. Zurück zu Mithodos. Dann müssen wir wieder Zahnräder schuften. Was? Nur noch einmal? Dann geht es in Ordnung. Okay, das war entspannt. Okay. Dann haben wir hier mal... Da ist es. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Da ist es, Freunde. Let's go. Ich stelle dir ein Labor auf Anraten von Zwirrlich deinen Besucher ab. Die hiesige Stimmung, das war nicht beruhigend. Und ich kann die positiven Schwingungen mit jeder Faser spüren. Was hättest du von deinem Duell? Ah, ich wusste es, Freunde. Ich wusste es. So, ich habe hier leider kaum Platz auszuweichen. Ich weiß natürlich nicht, was der Meister jetzt hier macht. Ich laufe hier mal im Kreis. So um ihn rum, ja. Sehr gut. Und wir kriegen vier Eisenschweife raus. Sehr gut. Und wieder ausweichen. Zwei. Drei. Vier. Sehr, sehr schön. Und jetzt Attacke. Tja. Du bist leider sehr langsam. Du bist groß und siehst auch krass aus. Und hast bestimmt auch mächtige, mächtige Geisterattacken. Hier bist du leider komplett aufgeschmissen. Ich habe 3600 Fähren. Das ist stark. Das ist sehr, sehr, sehr stark. Da kann ich bald mal wieder dick leveln gehen. So. Dann gehen wir mal weiter in das Laboratoriums-Labyrinth. So. Und da ist ein Durchgang, glaube ich. Da kann ich über die Kiste. Und da hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir da gleich das zweite finden. Oh. Noch mal eine Truhe. Mit zehn Kompassen. War ein Kompass das, was wir gesucht haben? Kompass könnte irgendwie sein. Noch mal zehn Drehmotoren. Okay. Also hier ist, äh, auf jeden Fall, wir sind ordentlich, äh, wie nennt man das? Goodies. Ich glaube, es könnten Kompasse sein, was dieses eigene Pokémon wollte, welches wir gesucht haben. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. So. Jetzt ist aber die Frage. Ja, doch, die Zahnräder chillen auch hier. Ich sehe es gerade da drüben. Da ist eins. Und das ist, glaube ich, sogar das Klick-Di-Klack, ne? Das ist die, das ist die Endentwicklung hier schon. Hi. Du willst zum Laboratorium? Aber warum? Um deinen Freunden zu helfen. Oh. Bei solchen Geschichten muss ich immer flennen. Ich helfe dir. Oh, schön. Simpel. Das ging simpel. So. Und wo ist jetzt noch das letzte? Das kann halt überall sein. Jetzt bin ich runtergefangen. Ich meine, das kann auch hier unten sein. Also das schließe ich nicht aus. Dann hätten wir sozusagen überall eines. Hm. Wisst ihr was? Ich gucke mal hier hinten nach. Weil das hier bisher so ungenutzt war. Okay. Nee. Oh, aber ich hoffe, ich muss nicht zu, zu zwillig darunter. Das wäre weird. Aber, meint ihr, das könnte sein? Ich schaue mich nochmal oben. Da ist es. Okay. So schnell geht's. Hab nichts gesagt. Du willst den Aufzug benutzen? Und was gibt dir das Recht dazu? Du bist etwa eines, bist du etwa eines der Zahnräder, die dein Poké in Poké Park am Laufen halten. Nein, ein freies Pokémon. Dann werde ich dir helfen. Das war skurril. Okay, Freunde. Wir haben die Evolutionsreihe gefunden. Und beim nächsten Mal werden wir dann ins Laboratorium gehen. Und da gibt's dann hoffentlich Antworten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Großes Dankeschön noch an Hygris Ski, JT90 und LordDarkFlo für euren dicken Support. Thanks, guys.